So, guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, auch im Namen unserer Direktorin Marion Ackermann, die Sie auch hier ins Podium sehr herzlich grüßen lässt. Sie wird gleich dazukommen, hat im Moment noch einen Termin und kann deswegen nicht begrüßen, was ich hier aber sehr gerne tun möchte. Bonsoir, Monsieur Armand Dalet, bonsoir Chris Durkin. Sie sind aus London gekommen, Sie aus Paris, aus Brüssel, entschuldige mich. Und bonsoir Heinz-Naubert Jocks und Stefan Bahrmann, der uns behilflich sein wird, das sage ich jetzt gleich noch zum Schluss, wobei eigentlich, ich bin ganz erfreut, aber auch ein bisschen gerührt, weil das ist heute die zehnte und letzte Veranstaltung in dieser Reihe Zukunft des Sammelns hier im Schmählerhaus im Rahmen des Programms Futur 3, eine Sammlung, eine Reihe, die zurückgeht auf zwei Bände des Kunstforum International, die Heilige Macht der Sammler, die Heinz-Naubert Jocks 2011 herausgegeben hat. Und es ist, ich bin ihm jetzt schon, möchte ihm jetzt schon ganz herzlich meinen ganz großen Dank für eine Komposition von wirklich tollen Gästen und Abenden hier im Schmählerhaus ausdrücken und hoffen, dass wir weiter zusammen hier tätig sein können. Interviews in schriftlicher Form zu lesen, ist was anderes als Interviews oder Gespräche mit Menschen live vor Ort zu führen. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass Sie bereiter, Herr Mauderlet und Chris Dörken, hierher nach Düsseldorf, unserer Einladung gefolgt sind. Ich darf Sie kurz vorstellen, Herr Mauderlet, Sammlung von Konzeptkunst ist eines der feinsten Sammlungen, Privatsammlungen vielleicht, die man hier auf dem Kontinent kennt. Er hat 1966 als Radiologe begonnen zu sammeln, also er war vorher in der Medizinerausbildung als Radiologe und hat 1966, und das ist in dem Interview mit Heinz-Norbert Djorks in dem Kunstforumsband auch ganz wunderbar beschrieben, wie er 1966 sich wirklich auf einen Schlag verknallt hat in einer Arbeit von Marcel Brothars. Und dann ging es an, es folgten viele Amerika-Reisen, viele Künstler, die er dort kennengelernt hat. Und wir zeigen jetzt hier schon eine ganze Zeit ganz schöne Fotos von einer Ausstellung der Sammlung, wobei ich erwähnen möchte, Herr Mauderlet hat sich früher nicht, zuerst gar nicht als Sammler, sondern als Kollekteur verstanden, eine kleine Unterscheidung. Und dann kam Chris Dörken, der ja auch aus Belgien stammt und beide kennen sich schon ganz lange. Und er hat seinen Wunsch geäußert, das doch einmal doch als Sammlung zu zeigen. Das war damals, als er noch am Haus der Kunstdirektor gewesen ist, vorher ja als Leiter der Kunsthalle Rotterdam, dann vorher noch am Wittredewitt und seit 2011 ist Chris Dörken Leiter der Tate Modern in London. Aber eben noch in seiner Münchner Zeit ist es gelungen, diese Sammlung von Hermann Dallet zu zeigen und auch aufzuarbeiten. Und das bedeutet ja im Fall von Konzeptkunst und doch auch immer viel, sich mit einem Archiv zu beschäftigen, mit eigentlich oft nur Aufbauanleitungen, mit vielen Dokumenten, mit Ephemera zu beschäftigen. Und damals ist eine wunderbare Form gefunden worden, das auch im Haus der Kunst zeigen zu können, worum es bestimmt heute Abend auch gehen wird. Jetzt ist man bekannt, wenn man mit Menschen aus Belgien zu tun hat, ist es oft sehr schön international und man switcht zwischen allen Sprachen hin und her und man spricht Französisch und Flämisch, wenn man es kann, Englisch auf jeden Fall auch, oft auch Deutsch. Und insofern haben wir aber heute Hermann Dallet gefragt, wie er am liebsten sprechen möchte. Und das war Französisch. Und dann haben wir gedacht, doch, diesen Wunsch wollen wir ihn auch sehr gerne erfüllen und haben aber deswegen eben Stefan Bahrmann, einen ganz renommierten Übersetzer aus dem Französischen, dazu eingeladen, der dieses Gespräch zusammen mit allen drei anderen Herrschaften moderieren und wo notwendig übersetzt ist, wobei ich mir auch denken kann, dass das auch auf eine schöne belgische Art seinen ganz eigenen Verlauf nehmen kann. So, ich freue mich sehr, lange Vorrede, aber das war mir jetzt wichtig, so ein paar Wörter davor zu schicken und wünsche uns und Ihnen auch einen angenehmen Abend hier im Schmählerhaus. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie hier sind. Vielleicht ein kleines Wort anfangs darüber, warum ich beide eingeladen habe, die hier auf der Bühne sitzen. Bitte sprechen Sie Deutsch. Nein, ich will nicht sagen, normalerweise, aber das ist die erste Mal, dass ich auf der Bühne sprechen spreche in Düsseldorf. Das ist vielleicht eine Grund, warum ich ein bisschen nervös bin, aber das ist nicht schlimm, glaube ich. Ich rede jetzt im ersten Mal auf Französisch zum Düsseldorfer Publikum und deswegen bin ich vielleicht ein wenig nervös. Weil der Kontrolle ist stärker, wenn ich nicht in Paris bin. Ich fühle mich besser, wenn ich in Paris spreche kann. Das ist nicht genau die Traducion, aber das ist nicht egal, aber das ist nicht egal. Das ist für mich besser, weil ich mich ein bisschen mehr kontrollier, wenn ich in der Französisch spreche kann. Das ist sehr schön, dass du diese Traducion fassest. Und eine Grund, warum ich alle zwei invitete, ist, dass ich nur Herr Hermann Darlet, dass ich eine Art und ich weiß, dass ich eine Art und ich weiß, dass ich eine Art und ich weiß, Es ist sehr schade, oder? Ich glaube, es gibt eine Grund, warum es so ist. Also weshalb ich beide hierher geladen habe heute Abend ist, ich habe Hermann Dallet in Brüssel kennengelernt und zwar als einen Sammler, der sich ganz ausdrücklich nicht als einen Sammler auffasst und Chris Durkin habe ich dazu geladen, weil er der erste und letzte Kurator einer Ausstellung mit der Sammlung von Hermann Dallet ist. Und dann habe ich gesagt, das ist wirklich sauer, ich bin eigentlich sauer und sehr traurig, dass es so ist. Es ist sehr interessant, zu sprechen, weil es eine Frage, vielleicht direkt am Anfang ist, warum Sie nicht verstehen, als collectionner, sondern eher als collecteur des oeuvres d'art. Also erste Frage, weshalb verstehen Sie sich nicht so sehr als Sammler und jetzt kommt, das wird es auf Deutsch gleich prekär, der Collector, das ist der Sammler im Sinne desjenigen, der, bevor man mit dem Ackerbau angefangen hat, eben die Dinge aufliest. Also auf Deutsch ist es leider Sammler und Sammler, aber im einen Sinn, wie wir ihn jetzt heute meistens verstehen und aber auch im historischen Sinn. Vielen Dank. Das war, als ich versuchte zu verstehen, was ich getan hatte und dann auch, was daraus geworden war. Und ich glaube, man muss einen ganz fundamentalen Unterschied machen zwischen einer Sammlung anlegen, faire, und zweitens, pardon, entre faire, eine Collection und eine Sammlung haben. – Voilà. – Alors, faire eine Collection, ça relève d'une Volonté bien déterminée, d'une Person, qui veut assembler des Objets ou des Choses ou n'importe quoi, Aber in sich eine Linie von conduiten, ein butet und des limites. Und seine Satisfaktion wird proportionnellen auf den resultaten, die er bekommt. Dass es ein collectionneur de timbres oder n'importe was, er ist froh, dass wenn, auf der Seite präimprimiert, er nicht mehr der kleinen Carrer Blancen und er hat die Collection komplett. Ich glaube, dass es typisch ist, eine Collection zu machen. Das ist auch mit Objets d'art oder mit der Peintur, denn wir sprechen heute mit Art visuell. Certainen collectionnen tableaus mit Haute, andere mit Femme nü, also mit... Enfin, peu importe. Aber das ist das, was ich nenne, eine Collection zu machen. Zum ersten Punkt, eine Sammlung anzulegen ist eng verbunden mit dem Willen einer Person, etwas zusammenzustellen. Sie wird dann ihr Verhalten danach richten, sie wird ein bestimmtes Ziel verfolgen und sie wird sich bestimmte Grenzen setzen. Und die Genugtuung, die sie dabei erzielt, ist proportional zum Ergebnis ihrer Tätigkeit. Das heißt, wenn einer Briefmarken sammelt, dann wird er umso zufriedener sein, wenn er die leeren Kästchen in seinem Album mit den entsprechenden Briefmarken, die da gefehlt haben, aufgefüllt hat. Das heißt, der Sammler in diesem Sinne, der eine Sammlung anlegt, strebt von sich aus immer nach Vollständigkeit. Es gibt welche, die sammeln Pferde, es gibt welche, die sammeln weibliche Akte, aber das Prinzip ist immer dasselbe. – Also, avoir eine collection ist tout à fait différent. Avoir eine collection, c'est la conséquence d'avoir accumulé des choses, quelles qu'elles soient, des objets, und de constater, wenn es eine große Menge, und der Sammler in der Sammler ist, vielleicht etwas ist. Ich glaube, dass der beste Beispiel zum Beispiel, dass ich zum Beispiel, das zum Beispiel, zum Beispiel, der Musik sehr mag, der Musik, der Jazz, und im Laufe der Zeit, er hat einen Tatsen, einfach nur für den Spaß zu hören, der Musik zu hören. Und dann, auf der Ende, er hat er, er hat er, er hat er, er hat er, Stimulation a une valeur historique, esthétique, financière, didactique. Il se trouve, sans le vouloir, à la tête d'une collection. Mais il n'a pas voulu constituer une collection. Et je crois que le terme collectionneur est galvaudé, abusé, aux États-Unis, dès que vous franchissez le seuil d'une galerie, on vous qualifie de collecteur, même si vous n'avez qu'une seule œuvre. Et je crois que c'était parce que ça flatte évidemment les gens. Mais je n'ai jamais ambitioné d'être flatte. Der andere Typus, une collection à avoir, est la section d'une collection, dass man zunächst einmal einfach bestimmte Dinge, bestimmte Gegenstände, egal was es ist, zusammenstellt und anhäuft. Und wenn man eine entsprechend große Menge davon beisammen hat, dann könnte sich erweisen, dass die für etwas repräsentativ ist, dass diese Sammlung, so wie sie sich gebildet hat, diese Ansammlung für etwas steht. Ein Beispiel, ein Jazzliebhaber könnte zum Beispiel Platten kaufen aus lauter Freude am Musikhörern und nach mehreren Jahren, wenn sich dann entsprechend viele Platten zusammengefunden haben, könnte sich erweisen, dass diese Sammlung ästhetisch, historisch, aber auch finanziell vielleicht eine gewisse Bedeutung hat. Und allerdings ist es so, dass es einen gewissen Missbrauch des Begriffs des Sammlers in den USA gibt. Wenn sie dort die Schwelle einer Galerie übertreten, werden sie sofort als Sammler bezeichnet, auch wenn sie vielleicht nur ein Werk gekauft haben. Das ist natürlich eine Schmeichelei, aber mir soll man bitte auch nicht schmeicheln. Jetzt möchte ich eine weitere Frage stellen. Für Sie, es ist immer sehr wichtig, sich in Kontakt mit den Artisten, die noch leben leben, und nicht mit den Mordern. Und ich glaube, dass es weil Sie eine Idee von der aktuellen oder der Präsenten sind, ist es wichtig für Sie, dass es wichtig, sich in Kontakt mit der Präsenten zu sein. Und das war die Grund für Sie, dass Sie auch in Kontakt mit den Artisten von der Konzeptart collectieren. Und ich möchte ein bisschen mehr über Ihre Idee von der Präsenten wissen, dass Sie immer die Berührung mit dem Künstler direkt gesucht haben. Weil es Ihnen darauf ankam, die Aktualität, die Gegenwärtige, das, was wirklich Zeitgeschehen bedeutet, zu erfassen. Und meine Frage war dann, da Sie immer den Kontakt mit lebenden Künstlern gesucht haben und nicht mit Toten, das hat unter anderem auch damit zu tun, dass Sie ein bestimmtes Verständnis von Gegenwart haben und dass Sie in Berührung auch mit der Gegenwart sein wollten. Und so, die Frage ist, wie Sie diese Präsenten, diese Präsenten, diese Aktualität? Welche Berührung haben Sie mit der Präsenten? Mit der Präsenten? Ich habe! Ich glaube, ich hatte ein Verhältnis zu sagen. – Manche Breue. – In votre question, vous avez déjà distingué, vous avez employé un Verbe qui met cher et qui est le mot collecter. On n'a pas encore évoqué, c'est parce qu'on avait dit tout à l'heure la différence entre avoir une collection, offert une collection, on est au problème, avoir une collection. Aber ich glaube, eine andere Distinktion, die mir precieuse, die mir lieb ist, ist die Differenz zwischen kollektioner und kollektor. Ich weiß nicht, ob das in allem tradiert wird. Nein, genau. Ich habe es gerade erklärt, es ist schwer zu übersetzen auf Deutsch. Also kollektioner, sammeln im Sinne, wie wir das heute verstehen, als Kunstsammler und kollektor im historischen Sinne von jemandem, der Dinge aufliest, der für seinen Lebensbedarf braucht. Ja, das wäre akkumulé, das ist schon richtig, aber dann geht das verloren. Aber gerne, danke. Danke, merci. Also, ich komme zurück zu dem Kollektioner, aber wir haben in meiner ersten Antwort ein bisschen definiert, was es war, es war eine Präzise zu folgen, in fonction d'un Plan präätabli, d'une Linie de Conduite, qu'on veut suivre und ein But, qu'on veut atteindre. Also, Sie haben jetzt schon ein Wort erwähnt, das mir sehr am Herzen liegt, nämlich kollektor. Davon haben wir noch nicht gesprochen. Im Unterschied, das habe ich ja vorhin schon mal herausgestellt, eben zum Kollektioner, das heißt, das ist eine Tätigkeit, die einen bestimmten Plan voraussetzt, ein bestimmtes Verhalten mit sich bringt und ein bestimmtes Ziel verfolgt. Also, in französisch, das Wort Kollektioner ist, ist anders von Kollektioner. In dem Mot Kollektioner, ein Bonn Exemple, ein Bonn Exemple, ein Bonn Exemple, ist in den Eglisen, Katholiken in allen, ein Moment, ein Moment, ein Beispiel, ein Beispiel, ein Beispiel für alle, ein bisschen, das ist typisch, eine Kollektion. Und im Motz, ein Beispiel, Il y a toujours sous-entendu une déambulation, c'est-à-dire qu'on collecte, on se déplace. Par exemple, il y a aussi dans les campagnes, à une époque, on collectait les bidons de lait à l'entrée des fermes pour les envoyer dans des centrales. Donc il y a toujours un déplacement. Et c'est un mot qui, moi, m'est très cher parce que dans le collecteur, je peux me retrouver puisque ce que j'ai fait ou ce qu'on reconnaît maintenant que j'ai pu le faire, c'était lié. Il y avait un facteur hasard, il y avait un facteur de déambulation, il y avait un facteur de contact. Et comme je le dis souvent, si vous cueillez un bouquet de fleurs dans un bois ou au bord d'une rivière, le résultat sera tout à fait différent. Mais c'est l'hasard qui joue et les rencontrent. Alors là, je reviens à la question de Norbert. Effectivement, comment j'ai constitué cette collection entre les années 66, ou cette partie de ma collection, entre 66 et 1978, il y a eu une part de déambulation qui était essentielle et prépondérante parce qu'effectivement, tous ces artistes, à l'époque, faisaient le voyage, les Américains en tout cas, faisaient le voyage d'Amérique vers l'Europe. Ils prenaient les low coasts qui atterrissaient à Bruxelles ou à Luxembourg en passant par l'Islande. Quand ils étaient à Bruxelles, ils s'adressaient toujours invariablement, pardon, invariablement aux seuls artistes qui avaient une renommée internationale à l'échelle de l'époque, à l'échelle de l'époque, et qui était Marcel Brotars. Qu'est-ce que c'est ce signe ? Il n'est pas là, non ? Tu fais un signe, là ? Non, je ne veux pas signe. Je dis seulement que tu as déjà parlé, mais dans trois minutes, et que peut-être que le traduit tu as traduit. Ah, kollekté, das heißt im Französischen zunächst einmal, wie man es in katholischen Kirchen häufig antrifft, da geht jemand rum und macht eine Kollekte. Und kollekté bedeutet aber auch, das ist damit unterschwellig verbunden, Bewegung, Ortswechsel. So ein schönes Beispiel, an das ich immer denken muss, ist, wie früher vor den Bauernhöfen die Milchkannen hingestellt wurden und dann kam ein Auto und hat die eben in die entsprechende Milchverarbeitung gebracht. Und dieser Begriff des Kollekté liegt mir am Herzen, denn in ihm kann ich mich wiederfinden. Er birgt die Faktoren Zufall, den Faktor Bewegung und den Faktor Kontakt. Und das mit dem Zufall kann man sehr schön eigentlich sich vorstellen, ob man jetzt Blumen in einem Wald sammelt oder an einem Flussufer. Das sind eben dann, werden zwei sehr verschiedene Dinge entstehen, sehr viele unterschiedliche Sammlungen entstehen. 1966, als ich begonnen habe, meine Sammlung oder vielmehr einen Teil meiner Sammlung zusammenzustellen, war Reisen etwas ganz Wesentliches. Also diese Bewegung, dieser Ortswechsel. Das war eine Zeit, in der gab es viele Günstigflüge, die über Island oder Luxemburg aus Amerika nach Europa führten. Und die Amerikaner, die diese Flüge nahmen, weil sie sich für europäische Kunst interessierten, wandten sich natürlich immer an Künstler, die zum damaligen Zeitpunkt ein gewisses internationales Renommee hatten. Und zu diesen Künstlern zählten in Brüssel, Marcel Brotars. Ich möchte eine Frage, weil diese Frage restiert nicht ohne Antwort. Das war Ihr rapport mit dem Präsenz. Ihr könnt ihr das? Der Präsenz d'aujourd'hui? Nein, nein. Der Präsenz, nein. Der Präsenz, nein. Der Präsenz, nein. Das ist sehr wichtig für Sie, de n'être nicht im Präsenz, im Präsenz oder im Präsenz. Der Präsenz, der Moment, mit dem Moment, jetzt, ist das wichtig für Sie, ich glaube. Transposer, als Jahre... Au Moment, als Sie begonnen haben, es war sehr wichtig für Sie, d'être in Kontakt mit den Artisten, die leben und sind mit ihnen. Und es war sehr wichtig für Sie, d'être in Kontakt mit dem Präsenz, nicht mit dem Präsenz. Ja, ich habe compris. Ich glaube, ich habe compris. Nochmal, im Verhältnis zur Gegenwart, Ihnen war ja die momentane Gegenwart sehr wichtig. Das heißt, Sie haben den Kontakt zu lebendigen Künstlern gesucht. Das war für Sie der entscheidende Punkt. Ich kann nicht sagen, dass ich diesen Willen erkannt habe, und zu sein, dass ich den Kontakt mit den Artisten-Künstlern gesucht habe. Ich relativise immer den Räumen, dass ich in diesem Konkurs-Künstlern gesucht habe, die hat, dass dieses noyau de collection konnte sehen den Tag. Und die ist liet an ein Konkurs de circonstanz auf dem ich habe ich keinen Kontrolle. Und ich stelle, dass mein Grand Mérite war, dass ich mich bemerkeigte, dass ich eine disponibilität totale bin. Poetra dios. – Parce que mon approche de l'art, la façon dont j'ai approché l'art, c'est une longue marche. Je suis parti de mes antécédents familiaux où l'intérêt ne portait que sur les arts visuels. Mon grand-père s'intéressait au primitif flamand. Mon père s'intéressait à l'expressionnisme. Et en tant que fils, je me suis dirigé vers d'autres centres d'intérêt. – Et c'est dans cette démarche que finalement, je me suis vu confronter par un concours de circonstances, un re-hasard, avec l'éclosion de ce qui allait être étiqueté l'art conceptuel par la suite. – Et qui m'a donné l'occasion d'avoir des contacts personnels. Mais moi, je n'ai pas été les chercher. C'est eux qui sont venus à moi, à Bruxelles. Et puis que j'ai rencontrés par la suite en Allemagne et en Angleterre, en Hollande et en Angleterre et en Amérique. Et où j'ai eu des contacts personnels avec la plupart de ces artistes qui étaient au début de leur carrière, en pleine période créative et dont les œuvres étaient en général modestes. Et voilà. – Mein Herangehen an die Kunst hat einen familiären Hintergrund. Eigentlich haben sich zwei Generationen in meiner Familie vor mir schon für bildende Kunst interessiert. – Mein Großvater für die flämischen sogenannten Primitiven und mein Vater für die Expressionisten. Und so ergab es sich, dass für mich ein anderer Interessensschwerpunkt entstand. – Das war, wie gesagt, ein Zusammentreffen von Umständen, dass es sich erwies, dass dies die Konzeptkunst war, wie man sie dann später nannte. – Und die Künstler habe ich auch anfangs gar nicht von mir aus ausgesucht, sondern sie kamen zu mir. Und sie waren damals am Anfang, ja, ihrer Laufbahn, ihre Werke waren modestes. – Dans quel sens ? Dans le sens des prix ? – J'ai pas compris toi. – Vous disiez que leurs œuvres étaient modestes ? – Non, pas dans le… – Hermann ? – Pardon, merci. Non, 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 je veux dire dans l'exécution, c'est-à-dire que… – C'était… – C'était un bout de papier, c'était peu de choses. – Materiellement. – Materiellement. – Sie waren in ihrer Stofflichkeit bescheiden. – Parce que ça, c'est une question que tu vas sans doute me poser. C'était materiellement modeste, mais enfin, on en reviendra. – Also, materiell, in materieller Hinsicht bescheiden, aber da ist natürlich eine Frage angeschnitten, auf die wir noch zurückkommen werden. – Pour moi, toujours l'entretien est comme un voyage. Et maintenant, je vais changer la direction et je vais poser des questions à vous, monsieur. – Vous êtes très connu comme quelqu'un qui est comme un séducteur. Et Hermann, il n'a pas l'idée, au début, de montrer sa collection. Il n'a pas une idée de ce qu'il avait à la maison. C'est une collection, mais c'est vous qui avez travaillé très bien. Disons, vous avez parlé avec lui pour faire quelque chose qu'il ne veut pas. C'est-à-dire, vous êtes comme commissaire, un séducteur qui a l'occasion ou le bonheur d'exposer sa collection la première fois et la dernière fois. Comment vous avez fait votre travail comme un séducteur ? – Also, ich betrachte Unterhaltungen immer als eine Reise und werde deswegen jetzt mal die Richtung wechseln. Chris Derkon, sie sind bekannt als Verführer. Sie sind gestoßen auf ihn und ihn, der anfangs keine Vorstellung hatte, was er da überhaupt tat. Und dann haben sie mit ihm verhandelt und haben ihn als Kurator dazu verführt, zum ersten und bisher letzten Mal diese seine Sammlung zu zeigen. – 10 Jahre. – 10 Jahre lang. C'est pendant 10 ans qu'il a parlementé. – Tu veux répondre, toi, là-bas ? – Non, non, non. – Écoute, je ne suis pas tombé amoureux d'Hermann. – Ich habe mich nicht in Hermann. – On s'est séduit mutuellement. – Wir haben uns wechselseitig verführt. – Écoute, on se connaît depuis 82, 83, depuis longtemps. Et on avait des intérêts communs. Hermann, c'était quelqu'un qui ne s'intéresse pas seulement pour l'art plastique. Il était intéressé à la philosophie. Il était intéressé à la politique. Il était intéressé à l'urbanisme. Il était intéressé à la performance. Il était intéressé au cinéma. Et ça, c'est des gens qui me séduit. Ce n'était pas quelqu'un qui disait « voilà, moi, je ». En français, on dit « moi, je ». Hermann, c'était quelqu'un qui disait « nous ». Nous, on collectif. Nous, on travaille ensemble. Donc, on se connaît depuis 82, 83. Il y avait beaucoup de rapports. Et puis, tout d'un coup, je pense que c'était en 2005, qu'on s'est parlé pour la première fois. Et dans la première fois, dans le sens que j'ai approché Hermann. Et très doucement, parce qu'on a mangé souvent ensemble. Et puis, je savais, après le cinquième verre de vin rouge, je posais lui la question. « Dis, tu n'as pas envie de montrer une fois la collection ? » Et il me disait « non ». Et puis, on a déjà mangé de nouveau des steaks frites quelques mois après. Je lui ai posé la même question cette fois-ci avec le Calvados. Et puis, il a dit « peut-être ». Mais il avait déjà eu des demandes. Et il avait toujours dit « non ». Et je voulais comprendre pourquoi il avait dit « non ». Et il a posé certaines conditions. Et ces conditions, je pense qu'on a pu vraiment dire à lui, « fais-nous confiance, on va d'abord faire un travail de terrain. » « On va d'abord regarder ce qu'il y a. » Et puis, si on sait ce qu'il y a, et si on sait ce que toi, tu as envie de faire, peut-être on va penser à une exposition. Je me rappelle qu'on a parlé d'abord des publications, et puis de l'exposition. Donc, c'était un travail de terrain. C'était un travail très doucement. Et je savais que peut-être Hermann allait dire « non ». Il allait continuer à dire « non ». Et donc, je n'ai pas séduit Hermann. On s'est séduit mutuellement. Hermann und ich, wir kennen uns seit 82, 83. Wir haben lange Zeiten schon gemeinsame Interessen. Ich weiß, dass er jemand ist, der sich nicht nur für bildende Kunst interessiert, sondern auch für Philosophie, für Städtebau, für Film und anderes. Und das ist das, was mich an ihm verführt hat. Denn ich sehe in ihm jemanden, der nicht sagt « moi je », also ich sozusagen an erster Stelle, sondern er ist jemand, der das Wir pflegt, das Gemeinsame. Und 2005 habe ich Hermann erstmals überhaupt auf dieses Projekt angesprochen. Nach fünf Gläsern Rotwein. Und da war die Antwort auf meine Frage, ob wir nicht seine Sammlung mal in der einen oder anderen Form präsentieren sollten, war seine Antwort nein. Etwas später, nach ein paar Gläsern Calvados, hat er dann, also einige Zeit später, nach ein paar Gläsern Calvados, hat er dann gesagt « vielleicht». Und dann habe ich gesagt « gut, wir können das nur in einem wechselseitigen Vertrauen bewältigen». Denn Hermann hat Bedingungen gestellt, ganz bestimmte Bedingungen, unter denen er seine Sammlung möglicherweise zeigen würde. Er hatte auch zu diesem Zeitpunkt ja schon mehrere Anfragen gehabt, die er ja alle abgewiesen hat. Mein Vorschlag war dann, wir werden erstmal das Terrain sondieren, wir werden erstmal schauen, was da ist. Und wenn wir das alles gesichtet haben, dann beraten wir weiter, wie wir verfahren. Wir hatten auch zunächst mal gar keine Ausstellung im Sinn, sondern eine schriftliche Publikation. Und ich wusste auch warum ich Hermann wollte. Ich wusste auch nicht, weil ich Hermann als Freund, oder ich wusste Hermann als Freund, oder ich wusste Hermann als Freund, und ich wusste auch nicht, dass es für mich ein adieu zum Phänomen des collectionneurs, das ich wusste, und das ich immer ließ, weil ich bin belge, ich bin flamand, aber nicht fanatisch von meinem Etat. Und ich wusste auch nicht, ich wusste auch viel, die collectionneur belge. Es gab nicht nur Hermann, es gab André Goumine. Es gab André, bei uns, in Belgien, Reinhardt Moukha, wobei alle sprechen jetzt. Es gab die Herber, es gab viele andere, viele andere, es gab 5 oder 6, 7 oder 8, sehr sehr viele. Und diese type de collectionneur ständig war, war, war es in der ersten Zeit, die in dem ersten Zeitpunkt Und ich wusste auch, dass es für mich war, das war, das war, das war, war, dass Hermann nicht nur war, war auch, war, 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 war. Wills. Hermann, für mich, war das war, 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 war. war, 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 war. Không war, war und war, war, in Jahren war, 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 des abschieds von einem ganz bestimmten typus von sammler ich bin selber flämmischer belgier aber kein flämmischer fanatiker ich habe aber gesehen dass es in belgien gibt es gab es einen ganz bestimmten typus von sammler 56 78 die enormes bewirkt haben zum beispiel andré gummin für reinhard für die entdeckung von reinhard mucher und dieser typus von sammler war seit dem beginnenden 2000er jahren im verschwinden begriffen und hier wollte ich ein zeichen setzen denn hermann hat ihn exemplarisch verkörpert er war nicht nur sammler er hat auch veröffentlicht er hat auch aufträge vergeben er war einer der ersten networker und er war damit einer ein absoluter verfechter der kunst er hat sich wirklich für sie eingesetzt und war in diesem sinne ein idealer sammler für eine epoche die im untergang begriffen war ich habe was dieses thema betrifft in der süddeutschen auch einen artikel veröffentlicht der heißt indiana jones und die ruine des privats des privatmuseums und mit diesem artikel habe ich mir sowohl freunde als auch viele feinde gemacht und hier beschreiben in diesem artikel sozusagen auch noch mal diesen diesen typus der hermann exemplarisch verkörpert ist und puis il y avait quelque chose très important avec hermann dont on parle plus aujourd'hui si on parle des collectionneurs parce qu'il faut pas oublier je suis maintenant directeur de tate modern et la plupart des lettres que je dois écrire des demandes près ils commencent pas avec cher hermann ou cher andré goumine ou cher anton herbert ou cher ingvill gotts ou cher julia stochek la plupart des lettres que je dois écrire ils commencent avec dire very very private collector je connais pas les noms je suis pas on peut pas dire les noms laisser les galeries qui représente ce type de collectionneur et hermann c'était quelqu'un qui était très transparent vous avez vu les fiches hermann vous montre les prix d'achat il vous montre la façon qu'il a négocié il vous montre où il a acheté les oeuvres et il vous montre aussi combien était le salaire par exemple d'un instituteur un professeur parce qu'il montre à vous le prix d'une petite voiture et c'était aussi le premier qui disait mais écoute il faut pas être naïf l'art à l'époque c'était déjà très cher parce que non cabara ou bien daniel buren coûtait le prix d'une petite voiture donc ça m'a attiré parce qu'aujourd'hui on parle plus les collectionneurs n'ont plus de nom ils sont là quelque part ils sont en train de disparaître et je vais vous parler plus tard d'une conversation que j'ai eue avec agrigante qui est quand même quelqu'un très important à la base de moma on m'a parlé de ces grands enfants et le nouveau type des collectionneurs bon basta mais ce type de collectionneurs est en train de disparaître parce qu'on parle d'autres choses disons que le capital est instable c'est flou les enfants de ces personnages ils sont plus à new york ou à paris ils sont partout surtout au bahamas les oeuvres sont dans des free zones on n'a pas le droit de savoir qui a les oeuvres il y a des flippers il y a de plus en plus des oeuvres qui se vend année par année je vais vous donner un exemple que steve cohen qui est un hedge funder il m'a interdit de prêter une oeuvre de frank stella pour l'exposition qu'on a fait black paintings au haus der kunst au haus der kunst une oeuvre de frank stella qui qui s'appelle arbeit macht frei parce que steve cohen disait à ce moment-là cette oeuvre a une connotation trop politique c'est intéressant à savoir non mais quand je vous dis de ça l'air y gogoz et son steve ils vont me dire mais écoute pourquoi tu parles de ça il faut pas parler de ça il faut pas être transparent quand je donne par exemple aujourd'hui des critiques et je dis écoute vous avez acheté une oeuvre tellement mauvais ou bien cette oeuvre de cet artiste est nul les gens qui ont tour le tête le monde mais écoute il faut pas dire ça parce que on dépense tellement de l'argent à ce genre de l'art il y a beaucoup de choses qui ont changé et pour moi herman était un monument pour ce type de collectionneur et il n'est pas le seul vous savez quand on a ouvert l'exposition il y avait beaucoup de gens qui sont venus pas par une forme de nostalgie il y avait beaucoup de gens parce qu'ils ont retrouvé dans la façon de collecter des herman et de se mettre dans le monde et mettre là dans le monde ils ont trouvé quelque chose qui leur manquait et pas seulement des jeunes artistes mais aussi des collectionneurs comme Julia Stosek et d'autres qui sont là voilà oui je sais je vais essayer je sais je sais je sais jahren ich schreibe nicht mehr lieber hanan oder liebe Julia Stosek oder wer auch immer sondern ich schreibe oder muss schreiben dir very 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 private collector sehr 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 lieber sehr 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 privater sammler denn diese leute sind heute anonym ich weiß gar nicht mehr wer dahinter steckt sie werden vertreten von agenten und man muss sich irgendwie an sie wenden das war zu zeiten von hermann anders hermann ist immer völlig transparent vorgegangen hat sämtliche dokumente die mit dem erwerb und allem anderen eines um eines kunstwerks zu tun hatten öffentlich gemacht von das geht vom verkaufspreis über die ganzen bedingungen die daran rum dranhängen und er hat auch immer gesagt naja man darf nicht naiv sein also ein on carvara oder ein daniel buren haben auch schon damals den preis eines kleinwagens gekostet heute ist es anders man kennt die eigentümer der werke nicht mehr das kapital ist fließt weltweit man weiß nicht mehr wer wo ist die leute denen die bilder gehören sind nicht mehr in new york oder sind nicht mehr in paris sie sind möglicherweise auf den bahamas oder sonst wo und ich um ein beispiel zu nennen ich wollte von frank steller ein bild für das haus der kunst in münchen haben das bild heißt arbeit ist macht frei arbeit macht frei der berüchtigte spruch und steve kohlen der selagion de frank steller cdl prokriete de tabelle korreter ja also der hedgefonds manager und eigentümer dieses bildes hat mir nicht erlaubt dieses bild zu zeigen im haus der kunst mit dem argument da seien zu starke politische konnotationen dran geknüpft man kann heute auch keine offene kritik mehr äußern niemanden mehr zur rede stellen und sagen sie mal das was du da kritisiert oder was du da gekauft hast das ist finde ich schlecht das wird dann sofort als beleidigung empfunden und deswegen glaube ich ist hermann für mich ein wirklich ein monument und wir haben für diese ausstellung ein großes publikum gehabt ein publikum das nicht aus nostalgie dorthin gekommen ist sondern dass dorthin gekommen ist weil sie gemerkt haben dass dort etwas gezeigt wird was ihnen heute fehlt me menange jane oder ein anderes question vous avez changé la vie de hamann darlett parce qu'avant j'ai pas changé la vie je crois que vous n'avez pas une conscience de ça mais je suis très sûr par exemple avant sa collection excuse moi ce mot était une sauf une collection sauvage et pour faire l'exposition à munich c'était nécessaire de travailler avec des historiens d'art c'est à dire que du vous avez créé une collection avec la conscience historiens d'art et vous avez donné votre regard comme un historien d'art sur sa collection et il a perdu son paradis also sie haben das leben von hermann dalet verändert wenn ich das so sagen darf war das vorher eine wilde sammlung und durch ihre ausstellung in münchen die erforderte die mitwirkung von kunsthistorikern und damit auch also sie haben einen ihren blick und einen kunsthistorischen blick auf diese sammlung geworfen geworfen und hermann dalet hat durch ist dadurch aus dem paradis vertrieben worden écoute c'était pas du tout une collection sauvage un terrain sauvage parce que je me rappelle que je suis allé visiter hermann dalet à l'hôtel volfer ce bâtiment magnifique de henri van der velde avec le gesellschaft der freunde de hausse kunst puis on arrive en bus avec tous ces gens de munich et hermann il vient avec sa pipe il vient dans le bus et il dit mes chères dames et messieurs monsieur vous pouvez descendre visiter ma maison mais faites attention il n'y a rien à voir seien sie vorsicht es gibt nichts zu sehen parce que je déteste le décor ich hasse le décor donc effectivement il n'y avait pas vraiment hermann vie d'un vie pas du tout sauvage c'est un vie presque de monk d'un moine et il n'y avait rien à voir les gens ont visité la maison il y avait quelques james welling il y avait un travail de jub van lisa parce qu'il faut pas oublier que hermann a continué à collectionner ce que nous avons montré à l'époque hausse kunst et où dont on a publié ce livre c'était un verstandsaufname des années 66 67 ça commence avec la robe de maria de marcel brota jusqu'à 78 donc il n'y avait rien à voir parce qu'il déteste le décor et on savait que les oeuvres de hermann étaient en storage ils étaient en eau chez lui d'ailleurs il y a une expression en Belgique à l'époque où j'habitais Bruxelles que hermann d'Alet gardait ses oeuvres en dessous de son lit hermann a immer wieder seine Sache unter das Bett versteckt ce qui n'était pas vrai hermann avait même un salon de cinéma il avait une salle de cinéma où il voyait la vidéo et ce salon de cinéma consistait et consiste toujours parce qu'on vient de tourner un film dans la maison consiste toujours de deux chaises chaises qui sont des chaises des transats qu'on utilise sur la plage et là hermann regarde des vidéos voilà ça c'est la salle de cinéma il a d'ailleurs aussi organisé des performances à la maison il a organisé des conférences donc on s'est mis ensemble parce que c'est pas moi qui a fait le boulot c'était un collectif il y avait des copains des amis il y avait l'ex-femme de hermann qui est une formidable chercheuse et rechercheuse Nicole Dallet elle a travaillé avec nous elle a donné accès à son dossier ses dossiers ses archives il y avait Dirk Snohart de Wills parce que c'est quelqu'un qui en fait confiance il y avait Patricia Dander un historien d'art incroyable qui travaille toujours au Haus der Kunst il y a le formidable Ulrich Wilmers qui était au musée Ludwig et qui travaille depuis longtemps au Haus der Kunst donc on était un collectif on avait tous nos propres moyens nos propres intérêts donc c'est pas du tout moi tout seul moi j'étais plutôt Tony the producer j'étais plutôt Tony le producteur et j'aime bien jouer ce rôle d'Eritory Chief parce que comme ça je peux un peu voir tous les rôles qui se font je peux un peu voir tous les partis parce qu'évidemment on avait des conflits on avait des conflits de l'agent on avait des conflits de l'administration et des conflits ils doivent se résoudre donc c'est pas seulement un travail d'historien d'art c'est aussi un travail d'aménagement un travail de vraiment mettre ça au monde donner une image de cette collection au monde et je pense que ça c'était le succès de cette exposition que c'était vraiment quelque chose qui était une image pas seulement d'Hermann Dallet et de Nicole Dallet mais aussi une image d'une époque et les artistes étaient tout contents d'être là et de voir leurs travaux dans cette exposition et si les artistes sont contents je pense que l'exposition est très réussie et en plus les artistes étaient tellement contents qu'Hermann a pu négocier avec le Museum of Modern Art que cette collection trois quarts de cette collection restent ensemble dans le Museum of Modern Art et moi je suis toujours trop triste que je n'ai pas pu convaincre le Tate j'étais sur le moment de transition parce que c'est Nick Serota qui m'a téléphoné le soir du vernissage d'Hermann Dallet si je ne voulais pas venir au Tate et je me disais Nick je suis ici avec Hermann on a le vernissage mais j'ai une idée peut-être on va trouver quelques millions pour acheter cette exposition ma dernière exposition de Hauser-Kunst et ça me rend triste que je n'ai pas pu garder pour l'Europe pour Londres cette formidable exposition cette formidable collection mais je sais que les artistes sont très contents que l'exposition est au MoMA et je peux vous absolument rassurer que Christophe Cherix qui travaille au MoMA il fait un boulot formidable avec ses collègues de montrer constamment des pièces de cette collection donc finalement je suis un peu content moi et moi les deux ... ... ... ... c'était d' Hilmes pari d' Bridge qu'il y a connaît l'ignonne a der d' tinha d'Organisatore ... ... ... ... ... ... ... ... ... d' François ... ... ... ... il ... ... forbidden Freunde des Hauses der Kunst in Brüssel ein Gebäude von Henry van der Velde besichtigt, ein sehr bekanntes Hotel Boulevard. Das ist sein Haus. Das ist sein Haus. Und er stieg also in den Bus und sagte, bitte kommen Sie mich besuchen, nur ich sage Ihnen gleich, es gibt nichts zu sehen, denn ich hasse Dekor. Das heißt, er lebte eigentlich ein bisschen, kann man sagen, wie ein Mönch. Allerdings hingen, denn er hat ja auch während die Werke gezeigt wurden, in der Ausstellung durchaus weiter gesammelt. Und dann hingen eben halt doch einige Werke, es gab doch ein bisschen was zu sehen, unter anderem von James Welling Dinge. Ansonsten ist in seinem Haus doch sehr viel auch auf Kunst ausgerichtet. Er hat zum Beispiel einen eigenen Filmsaal, wo man Filme sichten kann. Der ist mit zwei Strandstühlen bestückt und man kann dort Videos schauen. Man munkelt ein bisschen in Brüssel so, dass er seine Werke eigentlich immer in der Verpackung unter dem Bett verstaut. Das wurde dann dementiert. Und er hat übrigens auch bei sich ja Performances und Vorträge veranstaltet. Und um jetzt nochmal zu illustrieren, dass ich nicht alleine da maßgeblich war. Es haben ja sehr viele daran mitgearbeitet. An erster Stelle hatte einen ganz maßgeblichen Einfluss die Ex-Frau von Hermann Dallet, Nicole Dallet, die enormes Material aus ihren Archiven und ihren Aufzeichnungen zur Verfügung gestellt hat. Dann war beteiligt Dirk Snauert. Dann eine ganz fabelhafte Kunsthistorikerin aus dem Haus der Kunst, Patricia Dander. Und ebenso fabelhaft Ulrich Wilmes aus dem Kölner Museum Ludwig. Andere gute Freunde, sodass ich also eigentlich eher so eine Art Produzent, sagen wir mal, eine Art Editor-in-Chief, also der am Ende den Film schneidet, so verstehe ich das, war eine Rolle, die mir sehr viel Spaß macht. Denn natürlich ging das Ganze nicht ohne Konflikte ab. Es gab Konflikte ums Geld, es gab Konflikte mit der Verwaltung. Und wir waren uns bei Weipen nicht immer alle einig. Und diese Konflikte mussten natürlich gelöst werden. Und zwar im Sinne von etwas, das man als Aminagement, also als Gestaltung bezeichnen könnte. Es sollte eine Gestalt entstehen, die das Bild nicht nur eines Sammlers, sondern auch das Bild einer Epoche zeigt. Und ein gutes Indiz für das Gelingen dieser Ausstellung ist, dass die beteiligten Künstler samt und sonders sehr glücklich gewesen sind mit dieser Ausstellung. Und außerdem ein weiteres ist, dass Hermann das Museum of Modern Art davon überzeugen konnte, drei Viertel dieser Sammlung als zusammengehörigen Bestand zu übernehmen, mit der Verpflichtung, ihn auch zusammenzulassen. Und ich werde immer traurig darüber sein, dass es mir nicht gelungen ist, die Tate Modern davon zu überzeugen, dass sie das nötige Geld locker macht, damit diese Werke in Europa bleiben können. Ich weiß aber, dass der in Amerika zuständige Kurator Christoph Sirix eine fabelhafte Arbeit macht. Und deswegen bin ich dann doch etwas weniger traurig, als ich es vielleicht sonst wäre. Ich muss noch einmal sagen, Herr. Wenn ich eine Schöne schwebende, 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 ist für mich eine Mätafore. Avant, il n'y avait pas le regard historien d'art sur sa collection. Et c'est une autre chose de montrer ses œuvres au public dans un musée avec un regard historien d'art. Je connais sa maison aussi. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'images là-bas. Et je crois que le regard de vous, ou le regard collectif, sur son œuvre a changé sa collection. Et peut-être c'est lui qui doit parler un peu sur son intérieur. Le regard de l'autre, ou le regard collectif, qu'est-ce qu'il a fait avec vous, sur votre collection ? Je sentais le besoin de dire moi un petit mot. À propos de montrer une collection, je crois que c'est un geste important. Et que c'est un geste autobiographique. Et je crois que quelqu'un qui écrit son autobiographie, le récit qu'il va nous donner de sa vie, n'a de valeur que si c'est d'une sincérité totale, et qu'il ne s'autocensure pas, qu'il dit les choses, toutes les choses, sans rien cacher. Auf die Frage, also der Metapher versteht Norbert als eine, eine wilde Sammlung versteht Norbert als eine Metapher, insofern als einfach jetzt ja ein kollektiver, ein kunsthistorischer, ein Blick überhaupt von anderer Seite einmal auf diese Sammlung gefallen ist und sie damit verändert hat. Und die Frage war jetzt, wie und warum und inwiefern hat oder wie empfindet Hermann Dalit es diesen Blick auf seine Sammlung und was hat es sozusagen mit ihm gemacht. Für mich, Antwort, war das eine wichtige Geste, es war eine autobiographische Geste. Und wenn jemand eine Autobiografie schreibt, dann ist das eine Erzählung, die nur dann einen Wert hat, wenn sie völlig aufrichtig ist und wenn keine Selbstzensur geübt wird. Voilà. Alors, pendant, j'ai eu des sollicitations de montrer ma collection avant le contact, enfin le contact, la proposition reçu du Haus der Kunst. A cette époque-là, mais il faut parfois changer d'avis dans la vie ou saisir les opportunités, ma réponse était négative parce que d'une façon très idéale, j'avais décidé que si on montrait la collection, il fallait tout montrer. Parce que toutes les collections ont des œuvres majeures, reconnues et reconnues, et puis il y a des erreurs, il y a des leftovers, il y a des rebuts. Et effectivement, comme je considérais que ma collection, n'importe quelle collection montrée, devait être autobiographique, et qu'elle n'avait de valeur que si elle était complète. Et je crois que toutes les collections, comment s'appelle la célèbre madame qui a acheté tous les Picasso à Paris ? – Elle a acheté tous les Picasso ? – Non, 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 enfin, peu importe. À la fin de sa vie, elle a fait des achats absolument qui n'avaient rien d'excellent. Donc ce que je voulais dire simplement, premier point, j'ai refusé ces propositions parce qu'à l'époque, j'avais l'idée qu'il fallait tout montrer, tout, et rien ou rien montrer. Parce que quand je dis tout, je peux vous dire que dans la collection, il y a des œuvres que je me demande, comment j'ai pu les acheter, et qui n'ont alors aucun intérêt, mais alors tout à fait nul. Bon, tu expliques ça ? – Alors, je suis dit... – Alors, j'ai sorti déjà vu d'ailleurs, avant d'ailleurs, j'avais eu cetteplate de l'anivedition de l'Anselement. – J'ai appelé en tant que, c'est l'animal dans l'animal des actions ? – J'ai analysé. j'ai je l'animal absc strapguis, parce que je voulais avoir muetillé. – J'ai aussi j'ai tout à l'animal, et je l'ai un amour. Das Verständnis als bedeutend gelten, als Euromageur, als eben große Werke, sondern auch die Irrtümer und die Überbleibsel und das weniger Bedeutende, weil mein Ansatz zu dieser Ausstellung eben war, dass es eine autobiografische Ausstellung sein sollte. Das heißt, sie musste vollständig sein. Mein Anspruch war, alles zu zeigen oder eben nichts. – Voilà. Alors, il est venue la proposition du Haus Derkens et de mon ami Chris Derkens. Et là, effectivement, après que Chris et ses collaborateurs ont fait un inventaire de toute la collection, des œuvres majeures, intéressantes, inintéressantes, sans intérêt aucun. – Abimé. – Oui, oui. Il a été décidé de faire un cut et de ne montrer que les œuvres qui ont été acquises, achetées, entre 1966 et 1978. Et rien avant et rien après. Et le rien avant et rien après existe toujours et n'intéresse personne. Parfois, à juste titre. – Donc, ce que dit notre ami Norbert est vrai. La présentation qui est faite à Munich sur le point autobiographique est mon portrait, mais un portrait retouché. Avec un, comment on appelle ça, le Photoshop, Photoshop. Avec le Photoshop du Haus Derkens. Mais tout ce qu'il y a à côté n'apparaît pas. – Mais la différence c'est que l'équipe du Haus Derkens n'était pas des dompteurs. Moi, je n'étais pas un dompteur, mais plutôt un jardinier. – Je sais pas si on… – Si ça on peut traduire, c'est facile, non ? – Tatsächlich, um es vorauszuschicken, also Norbert hat ein wenig recht, denn was geschehen ist, ich wollte, ich schicke noch, ich trage noch etwas nach aus der Antwort davor, in diesem Alles zeigen oder nichts, man muss dazu sagen, dass es darunter auch tatsächlich Werke gibt, bei denen ich mich gefragt habe, wieso ich sie eigentlich jemals gekauft habe. – Dann kam also diese Bestandsaufnahme und dann haben wir einen gemeinsamen Beschluss gefasst, nämlich genau die Spanne zwischen 1966 und 1978 zu zeigen, nichts davor und nichts danach. – Die anderen Dinge, die davor und danach, die gibt es natürlich nach wie vor, einiges davon interessiert aber niemanden und zum Teil auch zu Recht. – Das heißt, Norbert, du hast recht, es ist ein retouchiertes Portrait, es ist ein mit Photoshop bearbeitetes Portrait, einwand von Chris mit dem einen Unterschied, ich bin kein dompteur, sondern ich war der Gärtner. – Maintenant, vous êtes directeur, und es gibt eine Differenz zwischen einer öffentliche und 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 einer öffentliche. – Es ist also, dass es eine Masse des Oeuvres von Concept Art gibt, und vielleicht gibt es eine Art von Subjectivität, – also, wie es ihr dabei ist, die man nur neben der German Rose, im Bedauere, was wir sehen, was er dieseommen? – Also, ich habe eine innere hurts, was wir seine Ausgabe gemacht hat? – Und weil ich weiß, dass wir in den Linken mit den Bloggeneraern, was wir sehen, was wir sehr, was wir kennen? – Also, ich habe eine Art von Holzück, wie eine Art von Gummaatik, über die Geschichte, was wir kennen? Derrière, excusez-moi, la collection privée de Hermann Darlette. Quelle est la subjectivité? Je pense que Hermann a déjà donné la réponse. C'est une question de déambulation et surtout d'être ouvert. D'être ouvert pour des offres des artistes. D'être ouvert aussi pour des obligations. Subjectivité, ça veut dire aussi limitation. Quand Hermann a découvert Brotard, il était très ouvert pour Brotard. Et Brotard a exigé plusieurs fois des choses à Hermann en disant que Brotard avait besoin de l'argent. Mais Hermann n'était pas seulement ouvert aux exigences et nécessités et demandes de Brotard, il était aussi ouvert à des demandes, presque des demandes de censure d'un artiste comme Daniel Buren parce que Hermann ne voyait pas ça comme censure mais comme une question de négociation. Et j'ai l'impression que la subjectivité de Hermann réside dans cette tension d'être ouvert aux artistes et aussi il a accepté à négocier avec des artistes. Pas négocier le prix d'une oeuvre d'art mais négocier des conditions. Et je pense que c'est ça qui fait la subjectivité. Par exemple, quand on voit ici, on vient de voir des vêtements créés par James Lee Byers, la demande de James Lee Byers, c'était aussi que Hermann assistait à la performance et que Hermann créait en fait une sorte de situation idéale pour certains artistes comme James Lee Byers. Donc, d'être ouvert et de pouvoir négocier avec les artistes. Je ne sais pas comment toi tu veux ça. D'accord ? Ok. Als Direktor, Chris, haben Sie jetzt natürlich mit dem Spannungsfeld zu tun zwischen der öffentlichen Sammlung einerseits und der privaten Sammlung andererseits und in der privaten Sammlung es gibt jetzt auch jede Menge Konzeptkunst überhaupt auf der Welt und in der privaten Sammlung wird sich natürlich eine gewisse Subjektivität ausdrücken und wie würden Sie die Subjektivität beschreiben die Sie in der Sammlung jetzt genau von vielleicht kann man ja sogar sagen Werk von Hermann Dalet wahrgenommen haben und Antwort ich glaube die Frage ist schon im Ansatz anbeantwortet worden das liegt in der Beweglichkeit oder in der Bewegung in dem Reisen in dem sich umschauen und es liegt in der Offenheit Subjektivität aber auch im Sinne einer bewussten Selbstbeschränkung nämlich insofern als ein Künstler ja auch Bitten, Anliegen und Bedürfnisse hat und Brotas hat zum Beispiel Marcel Brotas hat viele solche Anliegen und Bedürfnisse an Hermann herangetragen er brauchte zum Beispiel auch mal Geld und solche Dinge mehr und da musste man sich einfach offen verhalten verhalten oder Buren der bestimmte Sachen verändern wollte was praktisch einer Zensur hätte gleich kommen können das hat er aber nicht so verstanden sondern er hat sich immer als Verhandlungspartner der Künstler gesehen und zwar Verhandlungen nicht um Geld sondern Verhandlungen der richtigen Bedingungen so war es eben auch bei James Lee Byers bei bestimmten Performance an denen er ihn praktisch verpflichtet hat in einer bestimmten Weise daran teilzunehmen und darauf muss man sich eben einlassen verpflichtet hat c'était la dernière fois que vous avez montré que vous avez vu votre collection ensemble et je suis vraiment sûr et vous avez déjà parlé de ça que c'était une surprise pour vous d'être en face de votre collection qui donne peut-être une image de votre vie peut-être vous pouvez parler un peu de vos impressions de vous-même comme Collecteur dans le Musée de Monsieur Durkheim Als Sie das in Ihrer Ausstellung zusammen mit Ihrer Sammlung sozusagen erstmals und letztmals in Ihrer Vollständigkeit was diesen Zeitabschnitt angeht gemeinsam zusammen gesehen haben war das ja eine Überraschung für Sie das haben Sie selber gesagt und wie war das Bild wie haben Sie das Bild das sozusagen in dieser Ausstellung von Ihrem Leben entstanden ist wahrgenommen ist das richtig ja Pour répondre à cette question je dois un peu raconter comment tout s'est fait c'est à dire qu'après avoir pris la décision qu'on faisait un cut 66-78 les curateurs du Haus der Künz Patricia Dander et Ulrich Wilms moi je leur ai dit faites tout ce que vous voulez puisque j'avais mis j'étais consentant j'avais dit oui d'accord allez-y prenez tout ce que vous voulez comme oeuvre prenez tout ce que vous voulez comme document photographique prenez tout ce que vous voulez comme archive correspondance facture extrait enfin peu importe et ils ont tout emporté cela en Allemagne à Munich et puis je m'en suis plus occupé et ils ont fait un travail extraordinaire pour présenter vous avez vu des tas d'images ici qui ont été filés pour présenter ce qu'ils avaient ramené de la maison et qui était la plupart du temps pas encadré qui était dans des classeurs sous des enveloppes transparentes et ainsi de suite ça prenait peu de place j'avais un exemple précis un exemple précis c'est par exemple Darboven j'avais un registre gros comme ça et eux l'ont encadré et ça ça prend tout un mur et ainsi de suite et là je suis d'accord avec Norbert je me suis pas occupé de rien mais j'ai été je crois très peu de temps avant l'inauguration et quand j'ai vu l'ensemble honnêtement je crois que objectivement je dois dire c'est pas de l'orgueil mais je trouve que c'était quand même pas mal ça tenait la route comme on dit en français c'est pas de l'orgueil ok c'est pas de l'orgueil c'est pas de l'orgueil c'est pas de l'orgueil il y a quelque chose qui était quand même très décevant pour Herman et moi et aussi pour des collègues en Allemagne mais aussi ailleurs c'est qu'il n'y avait aucun collègue belge d'un musée public qui est venu voir l'exposition il n'y avait aucun directeur d'un musée belge sauf peut-être Laurent Buzin et même pas ils ne sont pas venus et ça c'est ça c'est remarquable quand même qu'un pays comme la Belgique qu'on se qu'on se retrouve pas seulement isolé mais aussi qu'on ne veut rien avoir avec cette idée de comme Dan Graham dit de just past avec ce passé récent peut-être qu'en Belgique on a peur de ce passé récent personne ne s'est intéressé pour parler et négocier avec Herman est-ce qu'on ne peut pas garder cette collection pour un musée public en Belgique même en partageant par exemple entre Liège Charlevard Gans Ostend Bruxelles Anvers quoi que ce soit Louvain il n'y avait personne intéressé et ça m'a quand même choqué et quand j'ai réclamé un peu le terrain pour le musée public dans un article comme Indiana Jones et des ruines des privates museums là je dois quand même aussi avouer que parfois les musées publics n'assument pas leurs responsabilités et donc je pouvais seulement respecter la décision d'Hermann qu'Hermann allait voir ailleurs et là je pense que c'est aussi de nouveau qu'on doit repenser ces rapports entre le musée public et les collectionneurs privés c'est pas seulement nous qui ont le droit de dire écoute ces collectionneurs privés on veut rien avoir je pense que nous responsables des musées publics on doit aussi toujours se demander et se remettre en question est-ce que le rôle qu'on joue ici est-ce qu'on peut pas seulement assumer ce rôle mais est-ce qu'on est capable de réécrire les rapports entre les collectionneurs privés et les collections publiques je peux ajouter un petit un petit moment pardon vas-y vas-y ok es gab allerdings une chose qui a vraiment été très entouvé c'est que il n'y a pas un seul un membre de un public belgien museum pour voir cette exhibition à que un pays comme Belgien que c'est une isolée c'est 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 entou que c'est pour la la c'est la c'est la c'est la c'est c'est la zu übereignen, also zu verkaufen oder sonst wie. Und das war schon sehr, sehr schockierend. Und das hat mir gezeigt, dass wir das Verhältnis zwischen den öffentlichen Museen und den privaten Sammlern neu überdenken müssen. Und das ist unsere Aufgabe als diejenigen, die in öffentlichen Museen arbeiten, ist nicht nur diese Rolle, wie sie traditionell geprägt ist, zu erfüllen, sondern dass wir auch dieses Verhältnis immer wieder neu bedenken müssen. – Das war's. – – M. Christophe Scherix und die, sofort, hat sich in der Interesse für diese Portée Acquäreur in der gesamten Präsentation Oeuvre, Fotografie und Archive. Es gab eine andere Person interessée, Kasper Koenig und Ludwig Museum. Kasper Koenig était hésitant. Quoi? Tu ne vas pas parler dans le micro. Oui, pardon. Kasper Koenig était hésitant, Christophe Scherix était déterminé. Also, ich bin gar nicht woanders suchen gegangen. Das war gar nicht nötig. Ich hatte den Kuratoren einen Freibrief gegeben, weil ich davon überzeugt war, dass sämtliche Stücke, die sie mitnehmen, auch wieder zurückkehren würden. Darunter waren sehr private Dokumente wie Fotos meiner Familie. Das heißt, das war ein großer Vertrauensbeweis. Was aber jetzt nun diese Frage des Sich-Umschauens angeht, es war ja vor Ort der Präsentation, war Christophe Scherix vom MoMA und er wollte, hat sich sofort bereit erklärt, diese Präsentation so wie sie war. Ich bezeichne das als Präsentation, weil sie ja Werke, Fotos und Archivmaterial umfasst, zu erwerben. Da war auch Kaspar König vom Kölner Museum Ludwig, der sich sehr interessiert gezeigt hat, der allerdings zögerte und Scherix war entschlossen. Das heißt, Juste. Was? Lassen Sie mich. Ich will noch einmal perdre des paradigms. Und zum Beispiel, eine Sache die sehr sehr wichtig für Sie, d'avoir, nicht d'être ein proprietär von einer collection, d'avoir des offens qui sont vraiment faits à côté vous avez, la première fois qu'on a parlé ensemble, vous avez parlé des pièces d'art éphémère et je crois c'est très très proche à votre caractère qui ne cherche pas l'éternel qui cherche des œuvres qui sont faits à côté et je crois parce que c'est complètement un autre rapport avec l'art et en ce moment quand on prend des œuvres les documentaires, les lettres qui sont écrits à côté à vous on prend les œuvres qui sont faites à côté dans un musée ça change complètement le regard sur les œuvres parce que les œuvres sont en ce moment pas éphémères elles sont monumentales et c'est ma question à vous quel rapport avec avec l'éphémère vous avez je suis d'ailleurs pas du tout d'accord avec à côté dans le sens que c'est un jeu de mots en français ils sont peut-être à côté mais parce qu'ils sont montrés dans un musée ça donne de nouveau la preuve qu'ils ne sont pas à côté de la plaque je suis d'accord mais il y a un changement je ne veux pas dire que les œuvres qui sont faits comme ça sont éphémères dans ce sens qu'on peut oublier c'est complètement une autre manière une autre sorte de regard je peux vous raconter une histoire vous savez ce qu'il a exposé il a exposé sur un socle dans la Maison Rouge où il y avait une exposition sur les collections privées des collections privées il a montré les fiches avec les prix d'achat c'est à peu près Maison Rouge c'est une maison c'est une musée privée d'Antoine Galbert qui est un collectionneur et en même temps il est en collection des collectionneurs parce qu'il fait toujours des expositions avec des collections donc ce n'est pas un bordel ce n'est pas une maison là il peut être un bordel mais ça ce n'est pas un bordel une private musée Maison Rouge wurde Hermann Dalet angefragt ob il y a une exposition d'en faire il a dit il a dit et il a montré et il a montré il a montré les cèvres qui ont montré les prix qui ont montré les prix pour les artistes pour les artistes qui ont montré pour les artistes Mais j'ai de la peine à répondre à la question du charactère éphémère des choses il faut dire que moi ce qui m'a séduit dans ces formes d'art qu'on appelle qu'on a appelé et qu'on appelle maintenant conceptuelles c'était bien sûr leur immatérialité et je crois que l'immatérialité peut peut-être être considérée comme une forme d'effet je ne sais pas comment est le substantif l'éphémère l'éphémère comme l'éphémère mais il est un fait que c'était significatif qu'à cette époque les documents qui accompagnaient l'exposition et l'objet d'art lui-même avaient autant et si pas plus d'importance que l'objet lui-même c'était une confusion qui était délibérément entretenue par les artistes et justement dans un esprit de contestation par rapport à la façon traditionnelle de présenter des œuvres d'art et là moi j'y ai trouvé de l'intérêt et du plaisir et c'est comme ça entre autres on peut peut-être revenir là-dessus rapidement que j'ai acheté que je suis tombé sur la robe de Maria que vous avez déjà vu défiler ici elle était là elle était là la robe de Maria qui pour moi à l'époque parce que j'en en parle pas beaucoup dans le catalogue et je me il ne faut pas oublier que politiquement c'était une période de contestation violente en Europe et en Amérique en Europe pardon en Europe et en Amérique il y avait Prague il y avait Nanterre il y avait le Rotarmé fraction ici en Allemagne il y avait mai 68 il y avait le Poor People March en Washington il y avait l'assassinat de Robert Kennedy il y avait l'assassinat de Martin Luther King il y avait la Biennale de Venise il y avait Documenta IV il y avait Prospect c'était politiquement une époque où tout était contesté pardon une époque de grande contestation j'étais beaucoup plus jeune et je suis moins jeune maintenant mais effectivement mon cœur était du côté de ces artistes qui contestaient dans le champ de l'art le pouvoir établi et la puissance des institutions la puissance institutionnelle et comme moi j'étais médecin médecin radiologue je travaillais beaucoup et ma seule façon de manifester de la solidarité par rapport à ces créateurs contestataires c'était de les soutenir et comment les soutenir si ce n'est en achetant des œuvres parce que donner de l'argent c'est quand même pas très élégant mais acheter une œuvre ça par contre ça passe et c'est normal et c'est comme ça que les choses se sont faites et c'est comme ça que je me suis senti solidaire d'une époque où il me semble que ma place était du côté de la contestation et pas du côté de la consécration Good luck Thank you Was mich ja an diesen Formen verlockt hat dessen was man heute als Konzeptkunst bezeichnet ist natürlich auch ihre Immaterialität vielleicht ist das eine Art und Weise auf diese Frage einzugehen also ihre Unstofflichkeit und das in einer Gestalt wo es wichtig war dass die Dokumente und andere Dinge die neben dem Werk bestehen genauso wichtig genauso bedeutend waren wie die Werke selbst und das wurde auch von den Künstlern ganz bewusst so vertreten es entsprach nämlich einer Haltung des Protests gegen die etablierten Formen Kunst zu bewerten und zu zeigen das ist das was mich daran interessiert hat und was mir auch Vergnügen bereitet hat das ist auch das was ich zum Beispiel in einem Werk von 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 Brutagswähler Rob de Maria gesehen habe und man darf ja bei alledem nicht vergessen dass diese Zeiten heftigster politischer Proteste waren in Europa wie in den USA es gab Prag es gab in Deutschland die ARF es gab Mai 1968 es gab Washington es gab den Mord an Kennedy es gab den Mord an Martin Luther King es gab die Documenta 4 es war eine Zeit in der eigentlich alles angefochten wurde und ich war natürlich damals jünger als ich es heute bin aber ich habe für diese Bewegung tief empfunden ich habe gefühlt dass es richtig war sich gegen die etablierte Macht und gegen die Macht der Institutionen zu erheben und als Radiologe der ich ja damals war was hatte ich da für Möglichkeiten ich hätte natürlich Geld spenden können das wäre aber nicht besonders elegant gewesen während meine Unterstützung so zu formulieren dass ich Werke kaufte das ging und mein Platz war auf der Seite der Anfechtung und nicht der Heiligsprechung sage ich mal oder der Etablierung Et vous avez parlé de la première fois que l'on a vu disparaître des œuvres. C'est pas grave si les œuvres disparaissent. Et c'est complètement notre rapport avec le temps. Parce que le moment, le maintenant est plus important que je crois pour vous. Mais plus ? Plus important. Et plus important. Plus important, oui. Ja, okay. Ich möchte noch mal auf die Frage des Ephemären zu sprechen kommen, denn ich glaube, dass das etwas besagt über Ihr Verhältnis zur Zeit, denn Sie werden ja als Sammler von Dingen, die Ephemären, mehr sind und deren Verschwinden Sie möglicherweise auch in Kauf nehmen, ja sozusagen vor einen Unterschied gestellt. In dem diese Sammlung in einem Museum erscheint, auftritt, gewinnt sie Dauer, gewinnt sie gewissermaßen, man könnte fast sagen Ewigkeit, wird verewigt in einem Museum. Und was passiert? Wie nimmt man das wahr, wenn man als jemand, der Dinge mit einem extremen Zeitbezug zusammengestellt hat, also enormes, aktuelle Sachen, die jetzt plötzlich in dem muséalen Raum verewigt werden? Und nochmal die Frage, wie würden Sie selber Ihr Verhältnis jeweils dann zur Zeit beschreiben? Und das Thema der Zeit, die wir unterprägt, wie der Phänomene des Chronos. Was für Herrmann interessiert ist, ist die Ephemäre des Temps. Und die Grecke, sie haben eine unglaubliche Sprache, die wir oft in der Theorie der Musik benutzen, die nicht die Chronos ist, aber die . Sie haben das Kairos, die Kairos, das Kairos, das Kairos, das Kairos ist, das Kairos, das Kairos, das Kairos, das Kairos ist, das Kairos, das Kairos ist, das Kairos, der Zeit, die du Temps, die bid generalis Programm ill. Und das Kairos, was mir so rằng, in der Art und Weise, die Erwartung in der Art und Weise, er hat also genommen, oder er hat auch collected oder collected, oder er hat auch��� gefert, die Art und Weise, wie er hat gefert, und er hat gefert, weil er das Erfahrung soll, man kann, weil er keine Art und Weise weiß. Und er auch erlebt, oder er gibt, was er, wenn er, was mir klemmereus. und es ist ein Archivär. Aber ich denke, er ist besonders interessiert bei diesem Kairos. Und heute Abend, wir haben eine super Ausgabe im Kunstverein, eine Ausgabe von Reenactment, von der Ausgabe des Immaträums von Jean-François Lyotard, von Jean-François Lyotard, für den Zentrum von Pompidou in 1985. Und dann, jemand von Ihnen hat gefragt, ob es gibt es wirkliche Artisten in dieser Ausgabe? Ja, es gibt Philippe Thomas, ob es gibt Buren, ich weiß nicht. Aber ich wusste, dass es viele Oeuvres nicht waren. Es gab viele Oeuvres, es gab viele Oeuvres, es gab viele Oeuvres, es gab viele Reproduktion, es gab viele Oeuvres, es gab viele Oeuvres, es gab viele Oeuvres. Und ich denke, wir waren alle Oeuvres, nicht weil es das Immaträum, sondern weil es diese Frage der Zeit, und die Art von Patricia Dandre und Ulrich Wilm haben diese Ausgabe, da auch haben wir diese Idee von Kairos. Es gab viele Oeuvres, 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 und das, und das, das wird unschockiert, weil das nicht in den domainen der Gedanken der Menschen, wie Michael Fried, oder Benjamin Buchlo, die Oeuvres war so wichtig, als die Oeuvres des spectateurs. Diese Exposition war ein vrai Theater. Diese Exposition commençte zu leben nur wenn es Menschen geflogen, die waren, die waren, die waren. Das war ein Schock? Nein. Ich glaube, ich kenne Hermann seit 30 Jahren und wenn ich eins sagen kann, glaube ich, dass er nicht interessiert war, nie interessiert war an Diskussionen oder Erörterungen darum, jetzt pass mal auf, der Künstler hat im Februar 67 das gemacht und dann 68 im März das und an einem anderen Monat im Jahr darauf das, weil er jemand ist, in dem die Zeit nicht im Sinne des Kronos interessiert, also sozusagen der getakteten, vergehenden Zeit. Er ist aber sehr wohl interessiert an der Zeit als Ephemeres und die Griechen haben dafür ein wunderbares Wort, das ist der Kairos. Kairos ist die geschenkte Zeit oder auch der gelegene Augenblick, der gelegene Zeitpunkt und ist zwar einerseits Archivar und schmeißt nichts weg, Er gibt viel weg. Aber er gibt, wenn überhaupt, dann gibt er was her, er kann auch mal was vergessen, aber das ist nicht, und wir waren in einer wunderbaren Ausstellung im Kunstverein, die nimmt Bezug, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auf die von 1985 von Jean-François Lyotard gestaltete Ausstellung Les Imateriaux in Paris. Da gab es auch, glaube ich, es gab sozusagen wirkliche Künstler zu sehen, Philippe Thomas, Daniel Buren, erinnere ich mich im Moment nicht, vielleicht war er dabei, aber es waren eigentlich weniger Werke im traditionellen Verstand, als viel mehr Töne, Schnipsel von Bildern, Reproduktionen und so weiter. Und da konnte man erleben, was das bedeutet, dieses Ephemere der Zeit als Kairos, nämlich nicht als Abwesenheit des Künstlers, sondern als Anwesenheit des Werks. Und c'est là, dass ich mehr Pussierre, wenn ich mich beschreibe. Und so, was mich in der Ausstellung in München, war es auch die Präsenz des spectateurs, und dass diese Oeuvres... Es gab viele Leute, die gesagt haben, dass die Art conceptuell ist lyrisch. A l'époque, wir sagten, dass die Art conceptuell ist von den administratoren, von den Menschen, die sind komplett seck, von den Menschen, die sind des Emmerdeurs. Aber die Art conceptuell, in dieser Ausstellung, war etwas lyrisch. Es gab eine Poesie, und diese Poesie hatte mit der Präsenz des spectateurs. Es war eine Art deiner Theater. Und was mich an der Münchner Ausstellung eben so begeistert hat, ist die Bedeutung, die Anwesenheit, die Gegenwart der Besucher gewonnen hat. Diese Besucher, die festgestellt haben, dass im Unterschied zu dem, wie man Konzeptkünstler oft betrachtet, nämlich als trockene Gesellen, als irgendwie so Verwaltungsmenschen, diese Besucher merkten auf einmal, dass die Konzeptkunst etwas Lyrisches hat, dass sie eine Poesie hat. Und all dies zusammen, eben auch mit der Anwesenheit der Besucher, des Publikums, ergab dann ein Theater. J'ai eine dernière Frage. Je dis gut. Merci. J'ai le sentiment, dass ihr ein Mann de passage. Ein Mann de passage, c'est quoi? Je vais expliquer. Il y a un Texte Peter Hunt, c'est le collectionneur des champignons. Il fait une différence entre le collectionneur, pour lequel le passage de trouver quelque chose, d'être sur le passage à un champignon pour le manger après, et l'autre extrême est lequel, qui veut oublier le passage, c'est-à-dire le chemin, le voyage. Et pour lui, c'est seulement le résultat et l'absolu. Mais vous, je crois, vous êtes un homme de voyage, vous êtes un homme de passage, pour lequel la transcendance est plus importante comme d'être le propriétaire des œuvres d'art. Je crois que vous êtes un homme de passage. bezeichnen könnte, als ein Mann des Weges. Herrn Handke unterscheidet in einem Text zwischen dem Pilzsammler, für den der Weg zum Pilz hin wichtig ist, von Bedeutung ist, und einem anderen Typ vom Sammler, der den Weg vergisst, die Reise, die er zu seinem Objekt gemacht hat und nur das Ergebnis zählt, nur das absolute Ergebnis zählt für ihn. Und ich glaube, dass für Sie diese Transzendenz, die in dem Weg, die in dem Begriff und diesem Gespür für den Weg liegt, etwas Wichtiges bedeutet. Ich weiß nicht, was zu antworten, aber ich glaube, dass in dem, was ich in diesen paar Jahren gemacht habe, und in einer ganz spontanen Art und Weise, ich würde fast in der Frage, es war tatsächlich, um zu dem Kreatur zu gehen, und wie ich sagte am Anfang dieser Entretien, in dem Begriff, dass eine disponibilität totale ist. Ich glaube, das ist das, was ich, wie ich, wie mein einzig merteile. Certains wollen absoluten, dass ich immer, dass ich immer, dass ich die collectionneure haben, dass ich einen Augenblick auf einen Augenblick. Ich glaube nicht, dass ich diese Geschichte, weil ich glaube, dass ich diese Intime-Conviction, dass ich das, was ich gemacht habe, oder was ich gemacht habe, dass ich die circumstances, die mir ermöglicht, dass ich die Verstärken, aber wenn ich die Verstärken habe, Ich habe nicht müssen, ich hätte nicht in den Teilen genommen. Es ist zu sein, dass ich es nicht mehr so stark war, Es gibt es hier auch schon, es aus den Expositions. Ja, ich hätte es nicht mehr so stark auf den Augen. Und es gibt es, dass ich nicht mehr so stark war, dass die Software nicht mehr so stark war. Es ist nicht möglich. Ich kann mir noch etwas sagen? Ich möchte noch etwas sagen. Hermann und ich, in unserer Welt, wir haben jemanden, der war für die Liberation in Paris, der war Serge Danais, der übliche Kritik des Cinémas. Wir lesen Serge immer. Und Serge hat geschrieben, der sich den Lied des Zappers. Und was er gesagt hat, mit dem Zappé, er sagte, dass ein Mensch, nicht ein Zapper, sondern ein Passer ist. Und ich denke, jetzt im Passage, ich denke, dass es noch mehr précis ist, weil Sie alle wissen, das ist der Weg. Aber es gilt auch, die rencontre, das passiert, und der Person, der Hermann Dallet, die weitergehen, wie ein Passer. Du lachollekt. Genau. Der Französisch ist doch immer magnifisch. Man kann nix sagen, was man sagen. Also, ich weiß gar nicht. Das ist schwierig. Ich weiß gar nicht so genau, was ich darauf antworten soll. Weitergeben, weitergeben. Le Passeur. Denjenigen, den gibt und weitergibt. Der Schleuser, der Schleuser sozusagen. Ja, ja, der Schleuser, voilà. Ich bin noch bei der Übersetzung von vorher. Ich habe all die Jahre spontan, ich möchte fast sagen, unbedacht gehandelt. Bin auf die Schaffenden zugegangen, in alle Offenheit und Bereitschaft. Und ich glaube, das ist auch mein einziges Verdienst, das ich mir tatsächlich zusprechen kann. Man sagt immer, ein Sammler hat ein Auge. Das glaube ich gar nicht. Was ich getan habe, wurde erst durch die Umstände möglich. Und wenn diese günstigen Umstände für mich da waren, dann war es wiederum sozusagen, da musste ich eben empfänglich dafür sein und ich musste sie eben auch wahrnehmen. Aber ich war es nicht, der dieses Auge hatte. Und man musste eben handeln als jemand, der gastfreundlich ist und nicht hospitalier und nicht feindselig aus Stille. Wir haben eine gemeinsame Begeisterung für einen französischen Filmkritiker, Serge Janais, der ein Buch geschrieben hat, das heißt Le Livre des Apeurs, das ist also das Buch der Zapper. Und dort unterscheidet er eben zwischen dem Zapper und dem Passeur, also dem Schleuser. Schleuser ist jetzt immer noch nicht so das ganz Große, aber für den eben der Weg zählt. Er gibt weiter, der gibt. Ja genau, es ist das Modell der Gabe. Es ist jemand, der unterwegs ist und alles, was er begegnet, reicht er irgendwie weiter an andere, denen er wiederum begegnet. Und das ist auch das Modell der Collecte, sozusagen, dieses umgehenden Kauf. Das ist wie Herrmann und Nicole Dallett haben mich als ein Passer gemacht. Ich bin der Passer von dieser Exposition mit meinen Kollegen, die auch ein Passer waren. Und jetzt, der Passer ist Christophe Scherich und der Museum of Modern Art. Wir müssen die Dinge passen. Ich denke, das ist toll, wenn man zu entwickeln, das Arbeit der Collecter, der Collectionneur, wie ein Passer. Ich denke, auch hier in Allemagne, haben wir ein bestimmtes Beispiel. Ich denke, Harald Falkenberg ist ein sehr guter Beispiel von einem Passer. Und dieses Modell, ich glaube, dass Herrmann Dallett uns zu den Weitergebern, zu diesen Schleusern für sein Werk gemacht hat, also mich und meine Kollegen, die wir der Ausstellung in München ausgerichtet haben. Und jetzt ist Christophe Scherichs im MoMA ein solcher Weitergeber. Und ich glaube, es ist eine sehr schöne Idee, sammeln als ein Weitergeben zu begreifen. Ein weiteres Beispiel dafür ist Harald Falkenberg, der sicherlich auch ein großer Weitergeber ist. Eine letzte Frage zu Ihnen. In diesem Kontext, ich habe bereits gesagt, und in Angleterre, eine sehr remarquable Definition von einem Musiker Publik, ist, dass die Musiker von einem Musiker Publik ist, es liegt an der Nation und nicht an dem Staat. Und der Staat ist responsible für die Nation. Das ist, was liegt an der Nation. Und ich bin, mit Nixroth, mit vielen anderen, ich bin responsabler, im Namen der Staat, für die Collection der Nation. Und ich bin in eine Situation, wo ich mit meinen conservanten, wo ich auch ein Passer, weil diese Idee der Collection Publikum hat keinen Sinn, wenn man nicht mehr kann, zu geben und zu geben, und zu geben, diese Collection. Und das ist das, das macht die Unterschiede zwischen einer Privatschung und einer Publikum. Wir sind eine garantie, dass die Dinge, die Dinge zu geben, die Dinge zu geben, zu geben, in unsere Hand. Und ich denke, jetzt, ich denke, es war Louis Heinz, die geschrieben hat, der Name des Gifts, the real gift is only a gift when it continues to be given and the real gift is a transformation et ça c'est magnifique quand même c'est comme ça que je me prends comme un passeur, comme un jardinier comme un gardien au lieu d'un directeur d'un musée public qui dit mes artistes, ma collection c'est ridicule ça Die Frage war, Sie sind ja ein Nomade der Sprachen, wenn ich das richtig verstanden habe, Norbert und wie würden Sie sich selbst Mikrofon, Mikrofon Entschuldigung, ja Sie sind ja auch ein Sammler gewissermaßen, wie würden Sie sich selbst als Sammler definieren? Antwort, ich bin kein Sammler ich bin verantwortlich für eine Sammlung und eine Sammlung es gibt in England eine sehr schöne Definition eine Sammlung gehört einer Nation und nicht dem Staat aber der Staat ist dafür verantwortlich dass sie der Nation erhalten bleibt wenn ich das nicht in der Tat beschreiben kann das heißt, wir sind in einer Position als öffentliche Sammlung in der wir eben auch in dieser Verantwortung sind weiterzureichen wir sind im Unterschied zu einer Privatsammlung die das ja freiwillig macht im Stande, das auch zu garantieren wir sind also der Garant für diesen sehr schönen Vorgang den Louis Hain, glaube ich mal mit dem Satz geprägt hat das wahre Geschenk ist ein Geschenk nur wenn es weiter geschenkt wird es ist eine Verwandlung und in diesem Sinne bin ich eben halt kein Direktor eines Museums sondern ich bin ein Gärtner jemand der etwas bestellt ich habe noch eine letzte Frage er ist unglaublich ich sage das er ist wirklich ein sehr gut Dora Docteur er ist wirklich sehr gut er sagt das er sagt das viel besser als ich mir das ist meine Impression Au début de notre entretien, vous avez parlé des collectionneurs, pas très gentils, et vous avez dit ça très souvent aussi au public dans un entretien, je crois, FAZ, etc. Mais en même temps, si vous faites une exposition, par exemple avec IVEV, ou des autres, etc., vous êtes vraiment dépendant des collectionneurs, mais comment c'est possible pour vous de travailler en même temps, de parler comme ça sur des collectionneurs pas très gentils, mais en même temps, vous utilisez les collectionneurs pour faire des expositions ? Comment faire ? C'est une très bonne question. D'abord, la condition humaine, c'est quand même aussi qu'on a tous quelque chose à cacher, qu'on aime bien être fou et thé, non ? Kannst-tu das übersetzen ? Allez, cacher ou pas cacher ? Ça dépend. Also, die Frage war, Sie sprechen ja oft in nicht sehr sympathischer, nicht sehr netter Weise über Sammler. Sie haben sich in dieser Tonart auch zum Beispiel in der FAZ geäußert. Wenn Sie allerdings eine Ausstellung machen, sind Sie ja abhängig von Sammlern, etwa bei der Ausstellung von IVEV. Wie geht das zusammen, also wie kann man einerseits, wie hält man das aus oder wie macht man das, einerseits auf die Sammler angewiesen zu sein und andererseits eben sie öffentlich zu kritisieren? Und dann Antwort, es gibt in der menschlichen Wesen, sagen wir mal, einen verborgenen Raum, ja, oder eine verborgene Stelle, wo man sich gerne schlagen lässt, oder sich gerne peitschen lässt. Das ist eins, okay. Also schießt er. Non, attendez. Evidemment, je travaille pas avec tous les collectionneurs. Natürlich arbeite ich nicht mit allen Sammlern zusammen. Et Tate a des rapports fantastiques avec un certain type de collectionneurs. Und Tate hat ganz fantastische Beziehungen zu einem ganz bestimmten Typus von Sammlern. Mais Tate n'a pas de rapport avec des collectionneurs, qu'on connaît pas. Und Tate hat keine Beziehungen zu Sammlern, die wir nicht kennen. Il y a quand même très peu de very, very private collectors. Die Zahl der very, very, very private collectors ist eben dann doch sehr gering. Et ce genre de collectionneurs, ils achètent des artistes qu'on connaît pas, qu'on va jamais montrer. Alex Israel, Dan Cullen, qui sont tous fondus pour des millions. Il y a deux jours. Ce sont des artistes qui sont collectionnés par un certain type de collectionneurs. Par 10, 15, les mêmes personnes. Qu'on va jamais voir dans des musées. Et ces gens, ces Sammlern, qui ne connaît pas, qui ne s'appellent pas, qui ne s'appellent pas dans un museum. Les scénarios, qui sont tous des films, qui ne s'appellent pas, qui ne s'appellent pas. heute, die finanzielle. A l'époque, quand l'avant-garde ist, es gab eine bestimmte Tension qui war formidable zwischen den finanziellen und symbolischen. Und jetzt, wir leben dieses Divorce. Es gibt, d'un côté, diese symbolische, und de l'autre côté, diese finanzielle. Und es gibt ein bestimmter von collectionneuren die achetent diese Dinge, das Agnes Gunn mir erklärt, es noch eine Woche. Das sind Menschen die Kapitalen sind komplett fluides, die sind komplett instables. Das sind Menschen, die sind auch dislockt. Das sind nomads. Deine Fortuna sind nomadiert. Und sie n'appartieren nicht zu einem einen Ortzettel. Das sind keine Menschen in New York. Die sind responsabili für das passiert in New York. Die sind nicht in Paris. Die sind nicht responsabili für Paris. Das sind Menschen nomadiert. Und diese type von collectionnern, das sind sie, die ich sehr gut füttet. Das heißt, es gibt auf der einen Seite den symbolischen Wert eines Kunstwerks und den Wert auch des Gesprächs, der sich durch eine Öffentlichkeit um dieses Kunstwerk herum entfaltet. Und auf der anderen Seite gibt es den finanziellen oder den Geldwert. Vor einigen Jahren noch gab es große Auseinandersetzungen über diese beiden Formen von Werten und wie sie möglicherweise miteinander verflochten sind oder wie man sie wieder auseinander bringen könnte. Heute sind das zwei völlig getrennte Sphären. Es gibt einen Typus von Sammler, dessen Existenz flüssig ist und sein Vermögen, das Geld, das er besitzt, ist ebenso flüssig. Es ist vollkommen instabil und ist eigentlich nirgendwo anzutreffen. Auch er selbst hat keine kulturelle Heimat. Es gibt keinen Ort, an dem er zu Hause ist und für den er sich in irgendeiner Art und Weise verwenden könnte. Und diesen Typus von Sammler, dem ziehe ich gerne mit der Peitsche eins über. Und ich glaube, sie haben das auch ganz gern. Ich glaube, wir haben ein paar Reise zusammen gemacht zwischen zwei Kontinents. Ich sage sehr vielen Dank an Sie und auch an Sie. Und jetzt möchte ich gerade noch ein bisschen Wechsel und ein bisschen Eigenwerbung machen. Da wir heute Abend auch über das Verhältnis von öffentlichen und privaten Sammlungen geredet haben, der nächste Kunstforumband, der Ende Juni erscheint, wird exakt dieses Thema behandeln. Sie sind herzlich eingeladen, dieses Kunstforum dann bei König zu erwerben. Oder anderswo. Oder anderswo. Je ne sais pas si vous êtes fatigé ou vous aimez peut-être d'écouter encore des questions de publique. Moi j'ai le temps jusqu'à demain midi. Ich habe ja bis morgen Mittag Zeit. Alors, haben Sie eine Frage? Nutzen Sie die Gelegenheit? Sie werden sie nicht so schnell und sicherlich nicht in der Form noch einmal haben. Sie können Deutsch sprechen, das wird ja übersetzt glänzenderweise. Ich glaube, dass jeder ist fatigé da. Ja, wir haben zwei Stunden diskutiert. Sehen Sie eine? Er wurde gesagt, dass die Kunstlecher duyten, wie die Sammlungen haben, wie es das passiert. Comment les artistes vous ont-ils trouvé? Parce qu'on a dit que ce sont en fait les artistes qui vous ont trouvé. Ja, oder? Ou bien, il y avait une façon qui était réelle et très active. Primo, les artistes conceptuels, il n'y en avait pas des centaines. Il faut bien que vous réalisiez qu'à mon avis, ceux qui comptent, il y en a 11, 12, 13, c'est un peu comme une équipe de foot. Il n'y en a pas beaucoup plus. Mais tous ces artistes, et avec une majorité quand même d'Américains, et comme je l'ai dit tout à l'heure, tous ces artistes débarquaient à Bruxelles parce qu'ils recevaient des galeries, des billets d'avion et les galeries, à juste titre, choisissaient les tickets les moins chers. Et à Bruxelles, ils connaissaient un seul nom, c'était Marcel Brotard, dont j'avais fait la connaissance en 66, en tombant vraiment sur cette œuvre qui était la robe de Maria et qui, pour moi, représentait l'œuvre d'art éphémère par excellence parce que cette robe, elle était en laine, elle allait tomber de son cintre et les œufs allaient casser. Autrement dit, pour moi, c'est l'encore. Je vais le manger pour finir. On peut manger de la laine ? Bon. Donc, excuse-moi. Et voilà. Donc, je connaissais Marcel Brotard, je connaissais Marcel Brotard. Et c'est à cette époque-là où, presque deux, trois fois par semaine, mais c'était beaucoup, quand je rentrais à la maison, il y avait ce qu'on appelle du monte. C'est-à-dire que Marcel nous avait amenés, avait informé mon épouse à l'époque, Nicole, de ce qu'il venait avec des artistes manger. Et aux artistes qui arrivaient à Bruxelles, ils disaient toujours, ce soir, pas de problème. Je sais où on peut aller. On peut manger. On peut boire. On peut fumer. Et en plus, il achète. Alors, quand on prétend que j'ai eu un flair extraordinaire, je dois simplement, humblement, modestement vous dire que beaucoup de choses m'ont été apportées à la maison. Parce que toutes ces œuvres-là, ce n'était pas du marbre, ce n'était pas des toiles sur châssis. C'était des objets qui se voulaient conceptuels et qui pouvaient faire l'objet d'une transaction financière. Et à ce propos-là, j'aimerais quand même signaler quelque chose que je n'ai pas pu vous signaler. C'est que ces objets dits financiers, ils n'étaient pas chers. Mais très intelligemment, les artistes à l'époque, pour valoriser leur travail, exigeaient pour ces œuvres, qui n'étaient parfois qu'une feuille de papier avec un mot tapé dessus, ils demandaient le prix d'une œuvre conventionnelle. C'est-à-dire d'une œuvre, d'une peinture ou d'une sculpture. Et c'était hautement significatif parce que dès que leur démarche aboutissait, qui trouvait un homme ou une femme inspirée, que ce soit moi ou un autre de lui, acheter cette œuvre au prix qu'il avait fixée, c'était une forme de reconnaissance par le public de ce que cette œuvre était l'équivalent d'une œuvre conventionnelle. Ça, c'était très important. Et l'exemple type en est les œuvres de Laurence Viner. Vous achetiez une feuille de papier... Vous achetiez une feuille de papier avec un mot dessus, et ça coûtait, justement, j'ai pas pu vous montrer ça, parce que M. Norbert-Jacques, je ne sais pas quand je parle de vendre des images, ça coûtait le prix d'une demi-voiture. Voilà. Ja, also, dazu, zunächst mal muss man ja festhalten, dass Konzeptkünstler nicht in Hundertschaften aufgetreten sind. Es waren nicht so viele. Es waren so vielleicht zehn bis zwölf, also so ungefähr von der Größe einer Fußballmannschaft. Und wie ich vorhin schon mal gesagt habe, es kamen viele amerikanische Künstler in dieser Zeit rüber, weil sie von ihren Galerien darin gefördert wurden, nach Europa mal zu gehen und mit günstigen Flügen versorgt wurden. Also die natürlich haben aus einleuchtenden Erwägungen die Galerien ihnen dann die günstigeren Tickets überlassen. Und den einzigen, den sie in Europa oder in Brüssel kannten, das war Marcel Brutas, auf den ich jetzt ja wiederum vorher gestoßen war und der mich total fasziniert hatte mit dem ephemeren Kunstwerk Par excellence La Robe de Maria, mit dieser Wolle, die jetzt allmählich schon so vor sich hin zerfällt und vielleicht werde ich sie ja irgendwann sogar noch mal aufessen. Und damals brachte Marcel Brutas eben öfters mal, damals wohnte ich ja noch mit meiner damaligen Frau Nicole, kam er also nach Hause mit amerikanischen Künstlern, denen er gesagt hatte, okay, ich bringe euch wohin, da könnt ihr essen, trinken, rauchen und außerdem kauft er euch auch noch was ab. Also das heißt, wenn es immer so heißt, ich hätte eine ganz besondere Nase gehabt, dann kann ich nur sagen, wieso, ich habe das doch alles gewissermaßen frei Haus geliefert bekommen. Und diese Künstler waren jetzt auch nun sehr intelligent, das heißt, sie wussten, was sie da taten. Sie waren einerseits nicht teuer, verfolgten aber mit einer gewissen Klugheit die Strategie, dass sie sagten, okay, das Werk kostet so viel wie ein konventionelles Kunstwerk. Das war jetzt nicht immer so unmittelbar einleuchtend, denn schließlich bestand dieses Werk oft nur aus einem Blatt Papier, auf das ein Wort getippt war. Aber wenn sie jemanden gefunden hatten, der sich auf diesen Handel einließ, dann war durch den gleichen Preis wie für ein konventionelles Kunstwerk klar, dass dieses Werk eben mit gleichem Recht anerkannt wurde. Zum Beispiel Lorenz Wiener, der hat ja solche Sachen gemacht, ein Blatt Papier, ein Wort drauf getippt und das kostete, jetzt kann man das, kann man das sehen, und das kostete immerhin so viel wie ein halbes Auto. Ich möchte mich natürlich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie so lange ausgehalten haben. Und ja, ich entlasse Sie in einem hoffentlich noch schönen Abend und in die Freiheit. Und vielen Dank für Ihr Kommen und vielleicht bis auf ein nächstes Mal. Vielen Dank.